Hey Leute und Damen und Willkommen zu einer kleinen Runde Quick Survival Games und ich wollte mich bedanken bei euch für den ganzen Support momentan Alles klar? Ja, den haben wir bekommen Ja, der war wirklich easy, dreckiger Hurensohn Das Jahr 2016 steht ja kurz bevor und ich habe mir sehr viele neue Sachen vorgenommen, die ich erreichen möchte Wie zum Beispiel, müssen wir diesen Kampf gewinnen? Aber das schaffen wir nicht! Hey, der kotzt mich gerade an! Nee, das sind die typischen Hurensohne, die auf Gomme HD spielen Nein, nein, das ist ein Abstauber Oh mein Gott, wir sind voll low, aber trotzdem will ich den töten Wie zum Teufel hat er das gemacht? Okay, den bekomme ich Den drücke ich gerade voll, die Kombo Nein Ich will dich doch töten, bleib doch stehen Wieso stirbt der nicht? Mann, komm doch her Ja, nice, geht doch Ich würde einfach mal sagen, wir ziehen jetzt sein Equipment an Und da hat er auch noch einen Goldapfel Wie geil Nein, bitte spamm nicht mit dem Bogen herum Mach das nicht! Ich liebe dich doch! Hey, das ist nicht legit Leute, Leute, gönnt euch das mal Das ist nicht legit Marco, du elender Hurensohn! Marco, du elender Hurensohn! Fast, money, don't slow Bis zum nächsten Mal.